Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Union fragt heute in der Aktuellen Stunde nach den Schlüssen aus den neuen Kinderarmutstudien und ich sage ja, wir müssen darüber diskutieren, ausführlich, ernsthaft und mit offenem Visier. Aber vor allen Dingen müssen wir faktenbasiert darüber sprechen und Herr Laschet zu den Fakten gehört und ich fordere Sie auf, dazu die Berichte, diese Armutsberichte, die die verschiedenen Fachverbände vorgelegt haben, mal ausführlich zu lesen. Aber das wissen wir ja schon aus Ihrer Zeit als Minister, das ausführliche Studieren von Akten war noch niemals Ihre Sache. Wenn Sie das ausführlich lesen würden, dann sehen Sie, dass die Kinderarmut seit 2006 angestiegen ist und wir wissen leider, ich erinnere mich ungern an diese Zeit, dass die Regierungsverantwortung von 2005 bis 2010 hier in CDU und FDP Händen lag. Das sind die Fakten und diese Wahrheit können Sie hier nicht einfach unterschlagen. Wir müssen und dazu fordere ich die Union auf, wir müssen über die grundlegenden Ursachen von Kinderarmut reden und das ist, wen wundert es und das sagt der Bericht sehr eindeutig, die materielle Armut der Familien. Meine Damen und Herren, wir müssen doch die Lösungswege diskutieren, die die Fachleute uns in dem Armutsbericht aufzeigen. Und da steht, hier nachzulesen, dass die Einkommen das zentrale Mittel für Teilhabe und Verwirklichkeitschancen darstellen. Und daraus leiten die Fachverbände vier Hauptforderungen ab. Erstens mehr Umverteilung von oben nach unten, gerechtere Besteuerung von hohen Einkommen, drittens bedarfsgerechte Regelsätze für Kinder als kurzfristige Maßnahme und eine Kindergrundsicherung als langfristige Maßnahme. Das sind die großen Stellschrauben, die die Fachverbände uns hier aufgeben und darüber brauchen wir eine ernsthafte Debatte, meine Damen und Herren. Und deswegen rufe ich auch die CDU auf, machen Sie es nicht so einfach, ducken Sie sich nicht weg. Ich frage, wie stehen Sie denn genau zu diesen Lösungsansätzen der Fachverbände? Und ich frage Sie auch, wo sind denn die Initiativen der CDU? Wo sind die Initiativen der starken NRW-CDU, die doch sozialer sein will als andere in der Union in Nordrhein-Westfalen und natürlich als die Ellenbogenpartei FDP? Wo ist denn der Druck, den Ihre zahlenmäßig starke NRW-Landesgruppe in Berlin macht? Und wo sind die Initiativen der von Ihnen geführten Bundesregierung gegen Kinderarmut? Und vor allem frage ich Sie ganz konkret, und das sind Herr Laschet, Sie uns wie immer schuldig geblieben heute Morgen. Wo sind denn die Aktivitäten der CDU-Fraktion, der größten Oppositionsfraktion hier im Landtag? Wo sind Ihre Konzepte, wo sind Ihre Lösungsvorschläge? Meine Damen und Herren, wer über die Armutsberichte diskutieren will und über solche Fragen und über Lösungen schweigt, der führt keine ernsthafte Debatte, sondern das sind nur Scheingefächte. Dabei ist das Thema hoch wichtig und brennt aktuell. Ja, es ist nicht hinnehmbar, dass in einem der reichsten Länder der Welt Kinder in Armut aufwachsen müssen. Denn die Kinder können aus eigener Kraft nichts an ihrer prekären Lage ändern. Und nur zu oft, das wissen wir, müssen sie ihr Leben lang die Folgen tragen. Und weil wir diese Zusammenhänge kennen. Darum steht die Bekämpfung der Kinderarmut ganz oben auf der Prioritätenliste der Rot-Grün-Koalition. Seit 2010, jetzt hören Sie mal vielleicht zu, wenn Sie sich nicht mehr erinnern, seit 2010 haben wir eine ganze Latte von Maßnahmen auf den Weg gebracht. Wir haben mit dem zweiten Kiebitz-Änderungsgesetz das korrigiert, wie schon mit dem ersten, was Sie hier an verbrannter Erde, Herr Minister Laschet, als Familienminister in der Kita-Landschaft hinterlassen haben. Das ist die Wahrheit. Wir haben speziell für die benachteiligten Kindern eine Einrichtungsform geschaffen, die Plus-Kita. 45 Millionen nehmen wir in die Hand, finanzieren wir zusätzlich, um den Kindern mehr frühe Bildung und Förderung zu ermöglichen. Wir finanzieren den Gebührenerlass in der Familienbildung für benachteiligte Familien. Das Modell, kein Kind zurücklassen, haben wir auf den Weg gebracht, gemeinsam mit den Kommunen Präventionsketten aufzubauen. Wir haben das Handlungskonzept 2013 gegen Armut und soziale Ausgrenzung beschlossen. Und im Sommer 2015 hat NRW das Programm NRW hält zusammengestartet, auch hier mit dem Schwerpunkt Armutsbekämpfung. Und dann haben wir noch ein weiteres gemacht, um die Fehler der Bundesregierung auszumerzen. Wir haben die Schulsozialarbeit weiterfinanziert mit 47 Millionen Euro. Da hat sich Ihre Bundesregierung geweigert, das fortzuschreiben. Das alles sind wichtige und notwendige Maßnahmen, die in der Tat aber langfristig wirken. Und wie hat sich die CDU verhalten, als wir hier diese Maßnahmen für die Kinder, für die benachteiligten Familien beschlossen haben. Plus Kita, CDU NRW ist dagegen. Unser Haushaltsantrag Beitragsfreiheit, Familienbildung, CDU NRW ist dagegen. Und stattdessen, und das ist besonders bitter, fordern Sie, dass 20 Prozent aller freiwilligen Leistung in der Familienhilfe gestrichen werden. Das ist Ihre Politik gegen Familien und Kinder. Und das ist nicht hilfreich, sondern das wird die Kinderarmut, solche Maßnahmen noch weiter fortsetzen. Meine Damen und Herren von der Union, beim Kampf gegen die Armut haben Sie weder im Bund noch im Land etwas zu bieten. Sie sind hier nicht nur bei Null, Sie sind tief im Minusbereich. Und gerade deswegen finde ich es ganz schön mutig, um zu sagen, nicht tollkühn, dass Sie hier diese Aktuelle Stunde beantragt haben. Und ich fordere Sie auf, statt immer wieder auf dem Rücken von Kindern und Familien ihre parteipolitischen Süppchen zu kochen, brauchen wir doch eine gemeinsame, eine gemeinsame Anstrengung von Bund, Ländern und Kommunen. Das ist der Weg. Nur so können wir die Kinderarmut wirkungsvoll bekämpfen. Und auf diesem gemeinsamen Weg lade ich auch die CDU-Fraktion sehr herzlich ein. Ich danke Ihnen.